Hallo und Willkommen zurück zu Levercraft and the Guardian of the Light mit Wiesel and Kayn. Das haben wir ja letztes Mal gemacht. Jetzt geht es weiter mit dem Giftsumpf. Mal schauen, ob wir wieder fünf Level schaffen. Obwohl, mit dem letzten Mal es schon etwas knapp war. Eigentlich hätte ich beim Drachen schon aufhören können. Aber das habe ich nicht bemerkt. Dass ich da schon bei 20 Minuten angekommen bin. Ah, schön. Ah. Behold, this land rots as the mirror grows stronger. Now this world will know my revenge! Okay, wir brauchen irgendwas in Richtung Raketenwerfer. Ich wohne dann gleich in den Slot. Stopp. Diese langen Sequenzen immer. Oh, das wird es längst an diesem Level hier sein. Ow. Lauf ich richtig? Oder rolle ich richtig? Ich habe keine... Nein, das ist ein optionales Ding Ich muss, glaube ich, irgendwo hier rumrollen Ja, hier Der muss, glaube ich, sterben Dann ist das Gift weg Oder? Irgendwie war es Irgendwie sowas war es doch Mal schauen, ob eine Explosion von dem Speer ausreicht Ja, dann stirbt einfach jeder Genau, dann geht das Gift hier weg Dann kann ich da unten rein Und damit dann das Tor öffnen Was auch immer der gemacht hat, dass Dass das Gift weg ist, wenn er stirbt Wie auch immer das funktioniert Ach so, das ist jetzt einfach offen, weil ich da rausgeschnitten habe Ich bin jetzt einfach offen, weil ich da rausgeschnitten habe In der Sequenz habe ich dann schluss getroffen Aber das hat wahrscheinlich keinen Schaden gemacht In der Sequenz Oder ich habe so auch mal viel Leben Aber ich glaube, es hat keinen Schaden gemacht Ansonsten hätte ich jetzt auch nicht, dass meine Muni auflädt Dann wäre ich nicht in diesem Wie auch immer man das nennt, wenn es voll ist Diese dürrige Leuste Bin nie mehr in Wound Hier hoch Und Ah Und runterfallen Und Nochmal hoch Und dann nochmal runterfallen Weil es so schön war Oh Jetzt stecke ich So, kann ich nicht springen Muss da was hinschmeißen Ah Ja, danke Ich muss gerade überlegen, wo ich jetzt lang muss Jetzt weiß ich es hier, wo die Gegner entstehen An meinen Explosiven Speer hoch Jetzt Spring halt auf den Speer War zwar ein bisschen giftig, aber Wüsste jetzt nicht, wie es besser geht Okay Und dann jetzt diese komische Brücke Die hat jetzt kaputt Okay Ich befand mich da noch nie auf dem Brückenstück, auf dem die Gegner gestorben sind Aber gut Ich glaube, ich muss hier einbiegen Hier ist zumindest eine Öffnung Sehe ich eigentlich Oder ich warte da hinten Vielleicht funktioniert das auch Sequenz Und dann einfach warten Dass die Gegner Von selber sterben Was die da tun Da diese Säule da umfällt Bam Danke fürs Öffnen des Weges Achso, hier wird mir auch die Tür geöffnet Sollte ich nicht immer so lange rauf Okay, doch das Loch für mich Also wieder so ein Ding Heilung Das war irgendwo hier unten Oder so Hier nicht Hier, hier, hier war's Das sollte funktioniert haben Ah Und wo genau ziehe ich Damit die Seite aufgeht Der andere Ja, der anderen Seite Kriegt das auch eine Animation? Nein Nur einmal gibt's Animation Tor fällt wieder runter Und somit geht es auch Dann geht es wieder hoch An den Gegner Massen vorbei Gegen die Wand drauf Tschüss Boom Ich hoffe, ein paar Küsse gemacht Da nebenbei Der andere Ach. So. Ah, den nehm ich mit. Und den hier auch, ist meine Muni wieder voll. Erstmal gegen die Wand rollen, ja. Wenn dann, ah... Wo geht es lang hier? Ja. Und siehst du die Schmutzung, die diese Schmutzung hat mir gezeigt. Okay. So, rausgezogen Und dann auf den Hebel Auf den Knopf Warum auch immer die jetzt ausgerechnet Jetzt wieder nachgewachsen sind Sehr leise So, Tür auf Tür aufgesprengt Tür biologisch aufgesprengt Okay Dann noch ein Level Überfluteter Garten Brauche ich die Kugel? Ich denke mal nicht Wäre besser, aber Au Ah, hey muss man rausziehen So Jetzt kann ich die Schlüsse zumindest ignorieren Der Fester ist bescheuert Der geht hier irgendwie wieder hoch Ich glaube das muss man so machen Zumindest will mir nichts anderes einfallen Weil du kannst ja nicht schießen Während du da hängst Dann ist ja sofort dein Seil weg Äh Achso Das Der hätte ich vielleicht noch einwerfen sollen Einer reicht dann nicht, um darüber zu jumpen Oh Nehm ich mir eine mit Ah 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 Was ist das? WTF! Die schmeißen den Ball wild durch die Gegend. Aber lasst mich das doch machen. Beschissene Gegner. Ich muss den hier positionieren, wenn ich eine Bombe hier hinlegen. Achso, warum muss ich den gar nicht noch da hinten auf den Knopf bringen? Ich dachte, dann geht das runter. Anscheinend wohl doch nicht. Au! Gegner tun mir weh. Ja! Danke. Danke. Ich muss dieses Gift auch wieder weggehen. Hä? Jetzt muss ich auf einmal die Seiden wechseln. Das hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Jetzt bin ich einfach daneben gerollt. Mein Gott. Boom. Hä? Wodurch habe ich jetzt Schaden erlitten? Au. Au. Ihr könnt immer Schaden aus dem Mix. Okay, die schießen, wenn da was draufkommt. Ja, gut. Das ergibt wohl Sinn. Hier sind auch so Dinger. Jetzt kehrt das das um. Jetzt darf man da wieder zurücklautschen. Nein. Boom. Okay. 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 Gut. Dann müssen wir jetzt hier hoch. Auf. Ah. Ich wollte gerade sagen, ich kann auch gerne so runterrutschen, wenn es sein muss. Aber es war wohl doch nicht hingehauen. Ich sehe. 17 Minuten. Der letzte Part war eh überlänger. Also würde ich sagen, weiter gibt es den nächsten Part. Bewerten nicht vergessen. Und ciao.